Und haben Sie noch etwas, wo Sie sagen, das ist auch noch was, was jetzt hier 2017, wenn man Steiff-Fan ist, was man braucht? Ja, also einmal finde ich diesen Pinguin sehr schön, den finde ich ganz besonders reizend. Pinguine sind ja ein ganz tolles Thema, den finde ich ganz kurz auch ein größer, also deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz tolles Thema. Mit der Familie dann auch zusammen. Ja, das sind die kleineren, die spielerischen, dann diese Sendung, also ein bisschen modernere Versionen von Steiff-Tieren, sehen wir hier bei diesen Posch-Pattern-Tieren, wo wir auch mit neuen Materialien arbeiten, vielleicht auch ein bisschen fantasievoller und nicht ganz so naturgetreue Gesichter, die sehr schön angenommen werden. Sie sehen also, wie wir uns auch weiterentwickeln und auch mal andere Gebiete ein bisschen testen. Wir sind natürlich schon eine Marke, die dafür bekannt ist, naturgetreu zu arbeiten, aber es ist eben auch für uns wichtig, da so ein bisschen immer was Neues auszuprobieren, denn gerade so traditionelle Marken wie unsere leben davon, dass sie eben ab und zu mal die Grenzen testen und austesten nach vorne bringen. Ich glaube, das dürfen Sie sich auch erlauben als Steiff, oder? Ja, genau. Ich danke Ihnen erstmal, also ich könnte mich hier jetzt stundenlang aufhalten bei Ihnen. Dürfen Sie auch. Das werde ich auch.